Acht Wissenschaftler werden in Kürze in einem achtstöckigen luftdichten Terrarium eingeschlossen. Das Projekt lief schlecht. Da passierte etwas sehr Mysteriöses. Die Streitereien machten es uns als Gruppe unmöglich zusammenzuarbeiten. Wir erstickten und hungerten. Ich hatte große Zweifel. Da ist diese Kapsel voller Leben von der Erde. Ich fand toll, dass es Science Fiction war, aber eben in echt. Die Zukunft beginnt jetzt.